Nicht einfach nur Luftblasen erzeugen. Mit dem Hyperclassic Rühren Begasungssystem wird der Sauerstoff gleichzeitig effizient mit dem Belebschlamm vermischt. Das Hyperclassic Rühren Begasungssystem ist tatsächlich eines unserer erfolgreichsten Produkte, weil es sowohl in kommunalen als auch in industriellen Anlagen zum Einsatz kommt. Dort hat es uns zum Marktführer gemacht. Und? Weil es neue Maßstäbe gesetzt hat. Mit der Entwicklung unserer Hyperbolit Rührwerke konnten wir das Belebungsbecken erstmalig, vollständig und effizient durchmischen. Daher lag es nahe, diese Technik mit einem Begasungssystem zu kombinieren. Dabei entstand ein regelrechter Alleskönner, der genau auf die Bedingungen unserer Kunden abgestimmt werden kann. Wir erreichen eine homogene Verteilung des Sauerstoffs und der Belebschlammflocken. Ablagerungen werden sicher vermieden und wir können den Betriebsfunk flexibel und optimal auf den jeweiligen Prozess abstimmen. Das Ganze bei minimalem Energieaufwand, da zum Beispiel zum Durchmischen, keine Mindestluftmenge erforderlich ist. Wir können einfach zwischen dem Rühren-Begasungsbetrieb und nur Rühren hin und her schalten. Auch nach langer Zeit des Rührens kann es so problemlos wieder in den Belüftungsbetrieb wechseln, ohne zu verstopfen. Daher ist das System ideal für intermittierende Prozesse, wie zum Beispiel den Invent-SBR-Prozess. Das System ist einfach und schnell montierbar, auch in gefüllten Becken. Je nach Anlage und Anforderungen kann es auf einer Brücke montiert werden, mit der Käfig-Lösung wie hier oder mit Tauchantrieb. Für den Einsatz in Teichkleer-Anlagen haben wir die Version einer schwimmenden Plattform entwickelt. Das System ist sehr robust und kann auch unter härtesten Bedingungen und in sehr aggressiven Abwässern eingesetzt werden. Es unterliegt im Gegensatz zu Membran-Belüftern keine Alterung und verliert auch über die Zeit nicht an Begasungsleistung. Durch die optimale Durchmischung erzielen wir eine hervorragende Beliebtschlamm-Qualität mit sehr guten Absetzeigenschaften. Wir bauen dieses System seit über 30 Jahren und haben es stets weiterentwickelt. Das Hyperclassic-Rühren-Begasungssystem ist ein typisches Invent-Produkt. Es ist strömungsmechanisch optimiert, arbeitet mit geringem Energieverbrauch und ist robust, effizient, zuverlässig und wartungsarm. Es ist einfach einzigartig. Abwässercörer Abwässern Am 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 Am